Wie bei Matthias, Dromedar. Hat er das schon wieder verloren? Oder hat sie das jetzt in einem Stück aufgehakt? Die hat das in einem Stück genommen. Hast du die Gubbis gesehen? Die haben sich mal im richtig großes Stück einverleibt. Ich wollte ihn eigentlich auf YouTube veröffentlichen, aber das geht jetzt heute nicht. Aber den hast du wieder gründlich versaut, den Film. Der muss erst geschnitten werden. Jetzt sind sie aber auch fertig hier. Jetzt sind sie aber auch fertig hier.